Ganz viele neue Wanderrucksäcke in unserem Sortiment. Ab jetzt für dich bereit. Und zum Start dieser neuen Wanderrucksäcke verlassen wir genau den, den ich hier am Rücken habe. Kommentiere hier unten, wo das deine nächste Wandertool hergehen soll und nimm teil, dann verlassen ich zu. Dem hier 35 Liter Wanderrucksack mit zwei Schnauern, die du zutun kannst und sehr bequem unterwegs bist. Hier unten kommentiere, nimm teil, wenn du nicht weit machst, dann bist du Sammich.